Hör auf zu sagen, ich wünsche, fang an zu sagen, ich will. Jeden Morgen, den du aufstehst, musst du dir sagen, ich kann das. Schmerz verändert Menschen und macht sich stärker. Bring dich an deine Grenzen, um deine stärkste Version zu werden. Du bist der Einzige, der entscheidet, wie hart du arbeitest. Arbeite hart und träume groß. Lass dein Erfolg nicht durch ausregende Einflüsse. Stell dich deiner Angst, in dein Traum einen Schritt näher zu kommen. Im Leben kommt es nur auf Resultate an, nicht auf Ausregung. Wie weit bist du bereit, für deinen Traum zu gehen? Es kommt darauf an, wie sehr du es schaffen möchtest. Fang an, an dich zu glauben und gib nicht auf. Du kannst es schaffen, wenn du es mit deinem ganzen Herzen willst. Du bist es unterstützt. Untertitelung des ZDF, 2020